Ja, Freunde, guten Laune und der Beste Unterhaltung und damit hallo, herzlich willkommen, einem wunderschönen guten Morgen zu einem neuen und weiteren Reaction-Video rund um Subway Sim Hamburg und auch das allerletzte Reaction-Video, bevor Subway Sim Hamburg endlich am 16. Mai released wird. Und einige Let's Player konnten schon das Spiel anscheinend spielen. Das ärgert mich persönlich immer extrem doll, weil man muss es ein bisschen so erklären als Content Creator, wenn du gerade frisch anfängst oder auch nach den ganzen Jahren, nachdem ich so viele Spiele gespielt habe, so viele neuen Releases gespielt habe, ist immer so diese Aufregung groß, wenn dieses Spiel rauskommt und du vielleicht einer der Ersten bist, die dieses Spiel veröffentlichen und ihr einer der Ersten seid, die vielleicht auf meinen Kanal vorbeischauen, weil sie einfach gucken wollen, was für ein Spiel ist es. Ihr kennt das Spiel vielleicht, aber wollt gucken, wie gut ist es eigentlich und dann ist es immer schade, wenn manch andere es schon vorher spielen konnten oder es irgendwie geschafft haben, es vorher zu spielen. Wie dem auch sei, das letzte Video auch in Sachen Simnex. Simnex ist ja der Kanal rund um Fabian, der ja für Aerosoft hier einspringt und deren Spiele halt so ein bisschen mit ihren eigenen Let's Plays ein bisschen vorstellt. Und wie gesagt, das letzte Let's Play Reaction Video hier von Subway Sim, bevor denn der Release erscheint und passend zum Titel heißt es auch, wir starten von Rathaus Hamburg, schon bald ist der Release. Also machen wir mal Vorbild an und dann hören wir mal den lieben Fabian zu. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Moin moin und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier aus dem Subway Sim. Wir starten heute im Hoppenmenü und wählen den Expertenmodus. Dort haben wir jetzt gleich die Möglichkeit verschiedenste Sachen auszuwählen. Von der Karte, Uhrzeit, Station, aber natürlich auch welches Gleis wir fahren möchten und welches Fahrzeug bei welchem Wetter. So können wir unsere Fahrt einstellen. Wir sehen uns gleich nach dem Intro wieder und ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Video. Zurück in Hamburg, zurück vor unser DT5. Zurück in Hamburg, zurück vor unser DT5. Und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange rum, sondern machen uns direkt auf den Weg ins Cockpit hinein, wo wir das Fahrzeug gleich erstmal aufrüsten werden, sodass unsere Fahrt beginnen können. Wir sind hier in Hamburg. Wir sind hier in der Haltestelle Rathaus und werden heute vor allem ein wenig unterirdisch mal unterwegs sein und uns die aktuelle Version so einmal hier im Expertenmodus ansehen. Ihr habt eben im Hoppenü schon gesehen, da gibt es verschiedene andere Menüpunkte. Menüpunkte, dazu werden wir dann später nochmal kommen und ich gucke mir hier gerade mal fix die Zahlen an. Das heißt, Schlüsse rumdrehen. So, einmal nochmal anklicken und herumdrehen, sodass wir das Fahrzeug auch übernehmen können und gleich unseren Bordcomputer, unser IBIS, voll einstellen können. Es wirkt für mich aber auch jetzt, dass Fabian gerade wirklich die absolute letzte Version, wahrscheinlich erst hier von Subrace in Hamburg spielt. Nicht, dass es grafisch gerade einen Sprung nach unten gemacht hat, aber es wirkt so, dass was Fabian vorher immer gespielt war, weil es das Development Kit gewesen, das quasi alles an Ressourcen freigeschaltet hat, das quasi immer in der Entwicklung war. Dass man wirklich sagen konnte, okay, den Aspekt wollen wir jetzt erstmal freischalten, dass man den jetzt so ein bisschen zeigt. Es wirkt hier, das kann mich auch wirklich hier so ein bisschen irren, es wirkt hier grafisch ein bisschen minimierter, aber weil es wahrscheinlich auch die Vollversion ist. So, einmal runter gucken. Zack. Und dann müssen wir jetzt hier die Nummer eingeben. Wir sind am Rathaus, die 7, 9, 16 Uhr 2 haben wir es. Und wir wollen nochmal kurz gucken nach unten, das passt. Das heißt, wir brauchen die 8, 6 und die Fahrer-ID, die wird später noch eine Rolle spielen in Richtung Ansagen. Ist für uns jetzt gerade aber nicht ganz so wichtig. So, mal ganz kurz gucken, weil Fabian hatte ganz kurz hier zur Seite geguckt. Wir wollen nochmal... Da, die 86, ah, da, die 86, das ist Wandsbeck, äh, Gartenstadt. Da wollen wir hin, also das ist das, was Fabian als Zielergebnis angegeben hat, als Zielerhaltiestelle. Das heißt, die 8, 6 und die Fahrer-ID, die wird später noch eine Rolle spielen in Richtung Ansagen. Ist für uns jetzt gerade aber nicht ganz so wichtig. So, wir sollten grünes Signal gekommen haben. Perfekt, Leitsteller hat uns das grüne Signal gegeben. Und wir können letztendlich unsere Fahrt beginnen. Dafür öffnen wir erst einmal die Türen, dass denn die Fahrgäste auch einsteigen können. Und sich letztendlich, ja, in unser Fahrzeug begeben können. Wir sehen hier wieder, drei Türen sind gerade offen. Da hinten noch eine Dame fix eingestiegen. Unser Fahrer sitzt natürlich auch schon vorne bereit. Letzte Tür geht zu. Wir können nochmal, ja, die Türen letztendlich schließen. Später werden auch alle Anzeigen, die ihr hier seht, natürlich auf Deutsch verfügbar sein. Das ist jetzt während der Entwicklung einfach noch nicht der Fall. Denn da sind wir einfach derzeit noch dran, das Ganze so aufzusetzen, dass es später auch in Deutsch verfügbar sein wird. Also ist anscheinend doch noch die Entwickler-Version. Vorweg, für all diejenigen, die sich vielleicht genauso wie ich fragen, funktioniert das Ganze mit dem Controller? All das, was ich jetzt zum Beispiel, ich glaube, bei drei Let's Playern gesehen habe, war bis jetzt mit Tastatur und Maus gewesen. Genauso wie es auch gerade bei Fabian ist. Also ich weiß nicht genau, ich gehe schon so ein bisschen davon aus, dass es vielleicht noch aktuell eher für Tastatur und Maus ist. Oder zumindest, dass es nicht gleich eine automatische Kontroller-Erkennung hat. Das kennt man ja so ein bisschen aus Tramsim, die PC-Version. Da müsst ihr es dann auf dem Controller alles noch ein bisschen umstellen. Nächster Halt, Mönkebergstraße. Nächster Halt, Mönkebergstraße. Wie ihr es in der Original-Anserge gehört habt. Wir machen uns auf den Weg, kürzes Stück bis zum nächsten Signal. Und wir gucken mal, ob ich richtig einbremsen kann gleich in der Station. Solltet ihr aber neu auf dem Kanal sein oder noch kein Abo da gelassen habt, würde ich mich sehr über das Abo freuen. Ein Like und ein Kommentar wäre natürlich auch Zucker. Und es ist ja gar nicht mehr allzu lange hin, bis der Subways im Hamburg erscheint. Drüben haben wir auch eine KI-Bahn schon stehen, die letztendlich gleich auch sicherlich losfahren wird. So wird es uns sicher heute auch häufiger passieren, dass wir auf den Nebengleisen KI-Fahrzeuge sehen, die uns entgegenkommen. Und die, ja, letztendlich, oh, kleines Stück zu früh. Das sollte aber passen. Wir sind ein doppelter Zug. Das heißt, wir haben ja auch ein bisschen Reichweite, die wir am Bahnsteig nutzen können. Ja, nochmal ganz kurz zurück zu den KI-Zügen. Das hat man, glaube ich, schon in den letzten und vorletzten Videos gesehen, dass die ersten KI-Züge unterwegs waren. Also, wie man es so ein bisschen von Trams im World kennt, da fahren die auch ihre Routen. Die Fahrgäste steigen da ein, die Fahrgäste sitzen dort drin. Bringt einfach wesentlich mehr Atmosphäre. Und da sieht man auch ganz gut an der Anzeige U3. Im Übrigen, U3 ist auch die einzigste Linie, die bis jetzt hier bei Subways im Hamburg drin ist. Also, ich mache mir auch gerade schon meine Pläne, was ich für Let's-Play-Videos mache. Ich werde jetzt kein 50-Minuten-Let's-Play-Video machen. Ich werde das voll ausschöpfen, ich werde einige Folgen rausbringen. Hier, da Vergleiche, dort ein bisschen was kennenlernen, hier was probieren. Und natürlich auch ein gewisses Fazit. Also, nur eine Linie, da wird 100 pro, uns haben sie ja schon angekündigt, mehr kommen. In Sachen Release muss man mal gucken. Preis bin ich mal gespannt. Ich denke mal, wird auch bei ungefähr 29,99 liegen. Ob natürlich eine Linie, die dem Ganzen am Anfang gerecht wäre. Oder, ähm, ob man sich hätte doch vielleicht vorher schon, ja, als Early Access hätte rausbringen können oder so. Dass man dann wirklich sagt, okay, komm, wir machen 19,99 Early Access. Wir haben unsere Entwicklungskosten dabei. Und dann zum Release macht man dann 24,99. Alle, die Early Access-Folge haben, die haben einfach mal 5 bis 10 Euro ungefähr gespart. Das wäre sinnvoll gewesen. Ähm, genau. Uns werden heute sicherlich einige Züge entgegenkommen. Das sieht ganz gut aus. Alle Leute drinne und wir können letztendlich die Türfreigabe auch wieder wegnehmen und uns dann jetzt gleich weiter auf den Weg machen zum nächsten Halt. So fahren wir die EU 3 dann in Hamburg durch. Türen sind soweit die falsche Seite. Ganz kurz. Hab man ganz kurz mal gesehen. Hamburg durch. Türen sind soweit die falsche Seite. Äh, seht ihr das bei OneSpec da, das S, da ist ein kleiner Grafikfehler. Obwohl ich es gar nicht mal so schlimm finde. Also die kriegen das S anscheinend nicht so richtig gut hin. Das wirkt, äh, ein bisschen sehr matschig. Beziehungsweise diese LED-Ionen, diese kleinen Leucht-Ionen, sieht so aus, als wären da zu viele an. Aber ich finde das irgendwie auch schon wieder fast realistisch, weil es in Wirklichkeit manchmal auch nicht glasklar ist und da auch ab und zu ein paar LED-Fehler gibt. Türen müssten jetzt soweit alle zu sein. Genau, perfekt. Und dann heißt es für uns jetzt wirklich... Türen müssten jetzt soweit alle zu sein. Genau, perfekt. Und dann heißt es für uns jetzt wirklich wieder Gas geben und weiter vorankommen. Und ganz zum Schluss zeige ich euch noch ein weiteres kleines Feature, was in den Subway-Sim reingekommen ist, was ich besonders cool finde, muss ich sagen. Nächster Halt. Sag es uns jetzt. Das ist immer gemein. Man denkt sich dann immer so ein bisschen, oh, es ist ja ein bisschen vorher sagen können. Das macht die Euphorie und die Vorfreude noch größer. Ich muss wirklich sagen, ich bin ja mittlerweile wirklich ein Riesenfan von den ganzen hier geworden. Ähm, wo ich immer so ein bisschen Aerosoft-Hasser war, aber mittlerweile mag ich es irgendwie. Und ich finde es auch sehr sympathisch, dass man halt auch dann selber seine eigenen Let's Plays macht, um das Spiel einfach ein bisschen voranzutreiben und ein bisschen zu zeigen. Hauptbahnhof Süd. Übergang zur S1, S3 und zu den Hafenfähren. Ansagen hier auch wieder. Da bin ich immer mal kurz für ruhig, damit ihr die vor allem auch mal hören könnt. Damit ihr hört, wie originalgetreu diese Ansagen sind. Die echte Sprecherin, die uns diese nochmal eingesprochen hat. Und auch viele, viele weitere zusätzliche Ansagen, die wir in Zukunft nutzen können, auch schon vorbereitet hat. Und so, nächster Halt Bahnhof müsste das Ganze sein, wenn ich mich recht entsinne. Und wir gucken mal, dass wir ein Stück weiter rollen diesmal und nicht allzu früh stehen bleiben. Das sieht doch schon mal ein ganzes Stück besser aus. Türfreigabe diesmal links. Hinten noch zwei Personen und einige, die aussteigen. Ach, hier kommen auch noch ein paar Leute. Äh, und auch hier die ganzen Lampen etc. Sieht wirklich grandios aus, die Station. Und ich muss sagen, wirklich, ähm, ja, der Subways im Hamburg gefällt mir vor allem grafisch mit der Android 5 sehr, sehr gut. Ähm, ich hab ihn hier nicht auf den ganz, ganz hohen Einstellungen. Denn, ich war gerade auf Pressetour und hab meinen Rechner noch gar nicht zurück. Ähm. Das erklärt einiges. Also, sooo dumm bin ich mittlerweile auch nicht mehr, dass ich wirklich schon so ein paar Sachen erkenne. Ich hab mich schon so ein bisschen gemacht. Also, ein paar Sachen, ich hab's ja eingangs erwähnt, mir kam es ein bisschen komisch vor. So ganz volle Möhre läuft das nicht wie in den letzten Views. Also, das erklärt schon mal, er spielt die Entwicklerversion. Er muss wahrscheinlich auf einen anderen Rechner zugreifen und hat die Leistung ein bisschen runtergeschraubt. Wir sind hier auf den, ja, so mittelhohen Einstellungen. Sprich, solltet ihr grafisch noch ein wenig mehr wollen und euer Rechner das leisten können, so lässt sich auch noch ein wenig mehr rausholen. Das werde ich dann auch wieder ab dem nächsten Video definitiv zeigen können. Nächster Halt, Berliner Tor. Übergang zu U2, U4, S1 und S21. Erneut die Ansagen mit auch den Linienwechseln etc. vorhanden. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es denn dann nach dem Release auch hier vielleicht mal ein Stück langsamer kurz. Hier sehen wir auch einen Notausgang, der voll beleuchtet ist. Nach dem Release mit dem Subway-SIM weitergeht. Denn ich kann jetzt schon versprechen, es wird nicht nur bei der U3 bleiben. Wir haben schon sehr, sehr viel weiteren Content geplant, der euch dann unter anderem auf der Nex-SIM, ja, die nicht mehr einzufern ist. Hoffentlich kann ich da bald auch genau das Datum verkünden, ja, euch dann vorstellen. Und ihr dürft euch dann sehr, sehr freuen auf viele, viele Neuigkeiten zum Subway-SIM. Und ich bin da einfach sehr, sehr gespannt. Hier auch einiges los. Einige Fahrgäste, die auf unserer Seite warten, aber auch auf der anderen Seite, die also nicht nur in unsere Bahn einsteigen natürlich, sondern auch in KI-Bahnen. So, dass es wirklich realistisch ist und ihr nicht nur die Möglichkeit habt zu sagen, alles klar, die Leute steigen hier bei mir ein. Ähm, mehrere Punkte, die wir, glaube ich, ansprechen wollten, wären zum einen, ich fange jetzt mal mit denen an, was ich mir jetzt gemerkt habe, äh, die sind im Next-Event, haben sie, glaube ich, zur Corona-Zeit 2021 so ein bisschen eingeführt, 2020, 2021, da fing ich auch an mit Sebast. Das sollte halt so ein bisschen die eigentliche Gamescom so ein bisschen ersetzen, dass man halt seine Spiele so präsentiert. Wie gesagt, mit Sebast fing es so ein bisschen an. Das war da damals beim allerersten Event das große Highlight gewesen und da wären ein paar Sachen vorgestellt. Achso, und es wäre natürlich sehr mau, nur eine Linie mit der U3 und der trotz all dem bestimmt 25 oder 30 Euro zu verlangen. Da muss einiges kommen, da müssen einige Linien kommen und am besten Falle natürlich so gut es geht. Ich weiß nicht, wie viele Linien Hamburg besitzt. Könnt ihr mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben, aber dass man wirklich 50% abdeckt, beziehungsweise wirklich die Allerwichtigsten. Ich kann mir vorstellen, wenn es jetzt so 10, 15 sind oder so, dann kann man nicht alle abdecken oder so oder möchte man nicht alle. Das wäre vielleicht viel zu viel Content, der noch bearbeitet und erstellt werden muss. Aber trotz all dem vielleicht die wichtigsten. Eine U3 alleine wäre zu wenig. Nein, die steigen natürlich auch bei den KI-Bahnen ein und suchen sich auch dort ihre Plätze, sodass ihr auch dann, wenn ihr an denen vorbeifahrt, ja, möglichst ein belebtes Bild habt. Möglichst viel seht, wie es auf der Strecke los ist. So, für uns geht es auch direkt weiter. Hier schön die... Hm, ähm, einige Let's Player haben schon, ich fahre mal kurz ein bisschen zurück, haben schon so ein bisschen, dass die Soundqualität, oder nee, nicht Let's Player an sich, sondern die Kommentare, äh, die Kommentare haben schon so ein bisschen verfasst, dass der Sound nicht immer erst rein ist. Hört mal das Anfahren, das Anfahren ist mir schon zu abrupt. Da ist sofort Strom drauf. Und dass ich mittlerweile sage, Strom drauf, ist schon ein Weltwunder, weil ich sage sonst auch immer Gas geben. Aber sobald Strom auf dem Fahrzeug drauf ist, äh, ist er sofort da. Obwohl es so ein leichtes Hochfahren eigentlich normalerweise ist. Egal, ob, was so eine ist, eine Zugbahn, eine Straßenbahn, eine S-Bahn, eine U-Bahn, da lädt sich's erstmal langsam auf. Es entlädt sich so langsam. So, für uns geht's auch direkt weiter. Hier schön die Schatten, auch das Signal. Wirklich alles realitätsgetreu umgesetzt. Und gerade auf der Pressetour hatte ich das Glück, mit jemandem von der GameStar zu sprechen. Lübecker Straße, Übergang zur U1. Da nochmal eine Ansage, dass hier... Ja, also, wenn man sich das jetzt hier anguckt, wie gesagt, Grafik ist ja ein bisschen runtergeschraubt. Ich hab eigentlich das Video auf HD geschaltet, bin ich der Meinung. Jo, so ist es auch. Ähm, aber trotz all dem, das ist schon atemberaubend schön. Also, da kommt eine richtige Wucht auf uns zu. Kurz still gewesen, der selber aus Hamburg kommt, der selber die U3 auch kennt. Und ich muss sagen, das war einfach sehr schön zu hören, wie die Person, ja, viele, viele dieser Städten wiedererkennt. Wie sie, ähm, sagt, wie originalgetreu das Ganze nachgebaut ist und vieles mehr. Ja, in Zukunft sicherlich auch die Regionalbahn, die hier fahren kann unten. So, dass wirklich hier überall was los ist, dass das Ganze belebt ist. Signal hier auch wieder. Äh, wobei, fahren Vorankündigungssignal, wenn ich mich nicht richtig, äh, täusche. Ich muss sagen, gerade bei der U-Bahn muss ich mich noch ein wenig einarbeiten. Da bin ich noch nicht der große Experte, aber ich bin gerade sehr, sehr viel am Lernen und werde demnächst auch mal in einer echten, äh, DT5 mitfahren können. So, dass man da nochmal weitere Hintergrundinformationen bekommen kann und vieles, vieles weiteres. So, hier hatten wir das Signal jetzt auch wirklich nach dem Vorankündigungssignal und wir kommen wieder rein in den Tunnel. Wir kommen wieder rein zu unserem nächsten Halt. So, auch wieder eine KI-Bahn, die hier steht, die jetzt, ja, gerade auch losfährt und sich auf den Weg macht, mit mir zusammen den Ring zu bedienen, mit mir zusammen Fahrgäste in Hamburg zu bewegen. So, guck mal, dass wir da vorne ordentlich stehen bleiben. Langsam runterbremsen und zum Stehen kommen. Ja, allzu weit ist der Subway-SIM Hamburg nicht mehr entfernt. Ich wollte euch heute auf jeden Fall nochmal einen kleinen Eindruck geben, wie die ganze Weiterentwicklung so zustande läuft und vor allem nochmal eine kleine Funktion zeigen. Und zwar können wir hier Ansagen aufnehmen. Das ist eine Testdurchsage 1, 2, 3. Das ist eine Testdurchsage 1, 3, 3. Geil! Diese Ansagen spielen dann im Spiel auch wirklich ab. Ihr habt es gehört, die sind ein bisschen leiser, haben so einen Filter drauf, so ein bisschen rauschen, wie auch in der Realität, wenn sie hier im, ja, Passagierraum im Waggon abgespielt werden. Ja, ich bedanke mich heute fürs Einsehen. Hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck in den Subways im Hamburg wiederbekommen, in die neue Version. Belang ist es ja nicht mehr hin zum Release. Ich freue mich schon extrem, mit euch dann auch mal zum Hafen zu fahren und viele, viele weitere Sachen. Denkt gerne ans Abo, das Like und den Kommentar. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Ja, dankeschön Fabian, dankeschön Simnext für dieses schöne Video, für diesen schönen Einblick mal wieder. Also wie gesagt, es klingt immer alles so ein bisschen geschleimt, aber ich freue mich auf den Subway. Natürlich müssen wir immer noch ein bisschen auffassen, dazu wird es ja später dann ein Fazit geben. Ab Dienstag müsste es soweit sein, da werde ich dann die ersten Videos auch dann veröffentlichen und rausbringen. je nachdem, wann das Spiel aufhört sei und das Spiel natürlich dann herauskommt. Natürlich muss man immer noch sagen, U3-Linie alleine kann das Spiel nicht gut und nicht richtig stark machen und eigentlich auch nicht kaufswert. Also wäre es eigentlich eine Kaufempfehlung, wäre nicht da gewesen oder würde es eigentlich gar nicht geben bei einer einzigen Linie. Aber trotzdem, ich freue mich einfach, dieses Spiel für euch zu spielen, euch das Spiel vorzustellen und gemeinsam mit euch halt eine schöne Zeit zu erleben. Das war es gewesen, Freunde der guten Laune. Es geht die nächsten Tage feuchtfröhlich weiter. Wir werden uns natürlich ein bisschen mehr denn den City Driver widmen. Der hat nämlich noch einen knappen Monat Zeit bis zum Release. Ich glaube am 6. Juni ist es dann auch soweit. Und ich werde mir ein paar kleine Dokus wieder angucken rund um Verkehrsbetriebe, sei es in Karlsruhe war es mitunter gewesen. Es war aber auch in Wien und aber auch, glaube ich, mitunter in Hamburg. Also bis dahin, Freunde der guten Laune, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüssi Koski.